Hallo meine Lieben, guten Morgen! Ja, Neuigkeiten aus der Welpenstube von unseren süßen Pomeranian Babys. Wie man sieht, heute Morgen hat es wieder ihr Lieblingsspielzeug gegeben. Und zwar Küchenrolle und Toilettenpapierrollen. Die sind besser als alles andere, obwohl ich glaube, Finger stehen auf der Ranking-Liste noch eins weiter oben. Ihr süßen Mäuse! Was ist los, du kleiner Mann? Da muss immer einer dem anderen die Küchenrolle mopsen. Also an alle, die Gastgeschenke mitbringen wollen, Küchenrolle und Toilettenpapierrolle. Ja, ab 10 Uhr geht es wieder hier rund bei uns in der Welpenstube. Weil zwischen 10 und 16 Uhr habe ich samstags immer Tag der offenen Tür. Und da kommen unsere ganzen Babykuschler, sage ich immer, sich unsere süßen kleinen Welpen anschauen. Und über die Rasse informieren, weil man will ja gut überlegen, bevor man sich einen Hund anschafft. Und da gibt es ja ganz schön viele Aufschlusskriterien, sage ich jetzt mal so. Ja, das ist immer schön, wenn man sich so in einer geselligen Runde unterhalten kann. Und kann die Leute in aller Ruhe kennenlernen. Ja, und oft haben die ja doch ähnliche Fragen. Wie kriege ich den Hund am besten Stuben rein? Wie kriege ich das am besten hin, dass er lernt, auch mal ein paar Stunden alleine zu bleiben? Ist der überhaupt für mich geeignet? Wie sieht das mit der Fellpflege aus? Ja, da bin ich schon gespannt auf die Leute, die nachher kommen. Wie ist das mit der Doppel? Wie ist das mit der Doppel? Kann man sich also nachher Kampagne? Kann man sich also nachher? Der nackige Babybauch. Der nackige Babybauch. Oh, das sind die Haare. Oh weh, ihr fresst mir die Haare vom Kopf. Ihr Piranhas, ihr fresst mir die Haare vom Kopf. Oh weh, oh weh, oh weh. Ahaha, ihr fustet! Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ha, ah, 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 ah.